Schreibt das einfach die, das Map Ende oder? Ah ne, weil der, ach so, weil der Staub hier. Wie cool. Staubwand, weil es hier runter geht. Superlegierung. Ah, und Superlegierung findet man hier auch. Ah, so ist das schön. Steckt unterm Staubmantel. Ja, so lobe ich mir das, ne? Gibt es hier noch mehr? Natürlich. Hehe. Ja, Mann. Muss ich den ganzen Craft mit, äh, den ganzen, das ganze Zeug nicht immer. Und ne Höhle mit Osmium, natürlich. Kann ich hier ein Beacon bauen. Titan, Silizium, Aluminium. Brauche ich unbedingt. So, wir machen erstmal die ganze Staubwand hier fertig. Silizium für das Leuchtfeuer. Oder für den Funkmast, wie auch immer. Hätte ich mal gleich finden sollen ey. Boah. Gibt es hier Superlegierung. Inventar voll. Nö. Eisen ist mir jetzt mal egal und das Eis hier auch. Komm. Bin ich ja sonst nie wieder hier einmal rundlaufen. Ah, ist aber schon, schon wieder voll. Ah. Gibt es aber eine Kiste. Die benutze ich. Hahaha. Wird jetzt gnadenlos benutzt. Wohl den Changasamen hätte ich auch nicht gebraucht, ne? Seien wir mal ehrlich. Also, da geht's. Hier ungefähr waren wir, ne? Ja. Legierung immer schön her damit. Hier ist noch eins. Sauerstoff müssen wir gleich wiederholen. Eisen, Eisen. Ah komm, warum nicht? Egal. Inventar voll. So, und das war es auch mit den Superlegierungen. Okay, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Gut, dass wir da schauen waren. Einmal kurz Sauerstoff holen. Sieht aber auch cool aus. Auch eine Kiste. Die eben schon. Ah, und Nuranstab. Tausche ich gerne. Und Biostoff klumpen. Jawohl, komm her damit. So, Sauerstoff. So, nehme ich das alles so mit? Ja. Ich könnte aber... Moment, wo ist denn... Drei Aluminium, Titan, Magnesium. Das hier könnte ich mir bauen und dann habe ich einen Haufen Lagerplatz gespart. Das mache ich auch. Ähm, lass mal... So. War hier Aluminium irgendwo? Nochmal nachschauen. Magnesium, Titan, Aluminium. Aluminium habe ich aber leider keins gesehen. Flächen der Höhle. Flächen der Höhle. Leuchtfeuer. Titan, Alu. Auch Alu. Habe ich keins. Fehlt mir das Alu? Das... Ne. Kein Alu. Hätte ich auch hier nicht finden. So, wo war die Höhle ungefähr? Dieser rote... Ne. Weiter links, ne. Ja komm. Weiter links war das irgendwo. Da ist die Höhle. So, Osmium. Ja, her damit. Und Schwefel, wie immer. So, jetzt noch Gegner in das Spiel, wie gesagt. Und dann wird das top. So, jetzt noch Gegner in das Spiel, wie gesagt. Oh, und ne Kiste. Schon wieder. Was ist hier drin? Fliskasamen. Oh. Sehr teures Zeugs. Also Eis. Rüber damit. Hier ist Alu fürs Leuchtfeuer. Osmium. Boah, da weiß man gar nicht, was man mitnehmen soll. Eisen, komm. Ich habe die ganze Zeit gemeckert, aber das kommt jetzt weg. Und das hier ist echt Bombe. So, ich trinke. Wasser lasse ich weg. Die Samen kommen mit und die Bio-Klumpen. Auf jeden Fall. Sehr wertvoll. So, und das Osmium eigentlich auch. Dilemma. Tan, Silizium, Alu. Hm. Das ist so traurig. Ich muss was zurücklassen. Silizium und Titan. Habe ich jetzt hier keins drin, ne? Habe ich auch, ne. Egal. Also, wir merken uns. Wo notiere ich mir das jetzt? Keine Ahnung. Osmium in Blablub. Ich stelle einen Bohrkopf auf, stelle. Rauscht dann Osmium ab? Gefällt Titan? Dann könnte ich es ausprobieren. Wo ist Titan? Das muss ich jetzt ausprobieren. Hier ist Titan. Inventar voll. So. Ähm. So, den Samen sehe ich besser. Eisen. Jetzt bin ich gespannt, ob ich Osmium abbauen kann. Weil das ist ja sehr rar, ne? Sauerstoff. Oh, ne. So. Okay. Ähm. So. Drop noch ein paar. Ja. Ich hätte auch. Wisst ihr was? Ich mache das hier. Sammle da unten alles. Und bring das dann rüber. Viel einfacher. Und das mache ich auch gerade alles leer. So. Und hier kann ich auch eine kleine Kiste bauen. So. Und da kommt das Zeugs alles rein, was ich jetzt nicht mitnehmen möchte. Ähm. Samen. Iridium. Samen. Verlegierung. Was weiß ich. 1, 2, 3, 4, 5. So. Und weiter geht's. Samen. Nicht vergessen. Da ist er. Boah. Rötlich mit der Sonneinstrahlung sieht das aber sehr cool aus. Tiefrot. Orange. Das ist schon cool gemacht. So. Wo ist die Höhle hin? Ah soweit. Links war die aber nicht. Ah doch. Ich bin schon dran vorbei. Na hast du deinen Stoff gefunden? Bist du schon deine Sachen am Design oder wie? Nein. Mir fällt jetzt Titan. Mh. Oh das ist ärgerlich. Jetzt finde ich keinen Titan. Eisen, Eisen, Eisen. Immer das was man. Da ist Titan. So und jetzt finde ich die Höhle wieder nicht auf Anhieb. hier. Ne. Weiter links davon. Da. So. Kann ich hier drinnen. Ne. Hier wird nachher Wasser stehen anscheinend. Ne. Deswegen zeigt er das so rot an. Boah. Okay. Hier lässt sich kein. Ne. Okay. Das geht definitiv nicht. Ähm. Das heißt man muss immer erkunden für das Osmium. Ist das echt so? Aber auch nicht so wirklich convenient. So Kiste. Das nehme ich auch alles mit. Das hier kann ich nicht mehr mitnehmen. Ich kann aber trinken. Trinken. Drunken. Vielleicht vor der Höhle aufbauen. Aber da ist schon wieder. Glaube ich nicht. Ne. Schade. Okay, das geht also nicht. Dann noch einmal Sauerstoff und dann gucke ich mal, ob ich hier hochkomme. Ich würde nämlich gerne wissen, wo der ganze Staub hier herkommt, oder? So, noch was hier lassen. Jetzt finde ich ja noch was. Weg, weg. Eis, Eisen, Lithium, Eisen. So. Ich bin gespannt. Ja, das zeichnet das Ende der Karte oder so, ne? Ich komme hier auf keinen Fall hoch. Okay. Okay. Aber cool gemacht. Sauerstoff. Jetzt ist, äh, jetzt ist hart zu entscheiden. Superlegierungen aus mir ist auf jeden Fall wertvoll. Und die Superlegierung auch. Iridium kann ich mir von Nahrungsniveau niedrig. Habe ich was zu essen dabei? Ne. Das kann ich mir alles wiederholen gehen. Ähm, finde ich das nur auf Anhieb? Ja, das finde ich. Ich weiß jetzt, wo Iridium ist. Hinterm Iridium ist Schwefel und Alu. Und ja, das war Kobalt. Und dahinter ist dann der Rest von den Superlegierungen und alles. Muss ich da hinten lang? Da hinten war es, ne? Ja. Milz bei. Da ist ja nichts mehr drin. So, lass uns nochmal, äh, Sauerstoff holen. Obwohl, das würde, glaube ich, reichen. Was hat der mittlerweile gesammelt? Drei Iridium. Ah, nicht schlecht, aber auch nicht. Komm, lass drei mitnehmen. Ah, ich wollte ja den Iridiumstab machen, ne? Kann ich ja immer noch. Moment. Habe ich hier, was brauche ich? Ach, alles nochmal. Drei Alu, Titanen, Silizium, Magnesium. Also. Weißt du was? Zack. Kahn. Kobalt brauche ich nicht. So, ab hier hoch. Iridium. Wächst das immer nach? Habe ich doch alles gesammelt gehabt. Oder? Ich kann es mir nicht merken. So, das hier nehme ich auch mit. Komm, abreißen. So, Aluminium brauche ich. Für die Werkbank. Und Silizium. So, vieles hatte ich ja schon abgebaut. So, Sicht ist halt blöd, ne? In diesem Zeugs. Im Schwefel. Welcher Planet war das in unserem Sonnensystem, in dem es, ähm, flüssig Metall regnet, das alles wegätzt. Das ist krass. So, Bank. Ein Titan, zwei Magnesium, ein Alu. Jetzt finde ich kein Alu mehr. Ein Silizium, ein Alu. Sauerstoff, Alu, doch. Und ein Silizium. Könnte ich noch ein Silizium bitte? Das ist in der Nähe von der Höhle ja auch. Dann könnte ich dann eigentlich auch gerade, komm, diese Richtung bauen. Oh, Nahrung. Nahrung ist halt mies, ne? Jetzt. War das hier entlang? Ja, nur ein anderer Weg da hinten, ne? Ja. Da ist Silizium. Okay, so, ähm, und hier passt die Werkbank wieder nicht hin. Also muss ich hier noch etwas erweitern. Das sollte aber kein Problem sein. So. Jetzt fehlt mir Titan. Ähm, hier ist Titan. So, wir sind ja clever, ne? Hehehe. So. Oder war das so clever nicht? Doch, ein Stab und ich habe wieder sehr viel Platz. Sehr schön. Also, kommen die Samen mit? Zack, 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 zack. Ach, schaut mal einer an. Das ist doch wunderbar. Nicht wunderbar, wunderbar. Wichtig. Herzlich willkommen zum Stream. Werder Zuschauer. So, was haben wir dann hier? Schwefel. Kommt das nämlich auch noch mit? Wie viele Plätze habe ich? Zwei. So, aber wir verhungern bald. Wo geht es eigentlich da hinten hin? Komm, da muss ich jetzt einen Umweg nehmen und sterbe wahrscheinlich sowieso. Und wache dann im letzten Container oder im Container? Na, ne, ah, da komme ich raus. Okay. Also, diese Staubwand sah auf jeden Fall krass aus. Kann man nicht anders sagen. So, Nahrung habe ich hier keine, ne? Das heißt, wir werden einmal oder erneut sterben. Wie so oft. Aber ist ja egal. Hat ja keinen Nachteil dadurch. Was sagt die Kiste? Ah, wird so langsam auch wieder. Was muss auch wieder geleert werden? Ähm. Oh weh. Hab ich drei Eisen? Ja, hab ich. Ups. Okay, stellen wir genau daneben. So, Eis. Das brauche ich alles nicht. Äh, Kobalt habe ich drüben genug. Ähm. Das lasse ich auch da sortieren. Okay. Das sieht gut aus. Ähm. Nahrung ist blöd. Ich bin gespannt, ob ich das noch schaffe. Ähm. Die Kiste wollte ich nicht leer machen. So. Tschüss. Ey. Ne, 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 ne. Das ist das falsche Zeugs. Lass das hier fallen. Ich will das Iridium mitnehmen. So. So ist schon besser. Hat das mit der Nahrung schwer zu sterben. Komm, lass ihn kurz sterben und dann Ah, ne. Ah, ich hab noch Nahrung. Hab ich gar nicht gesehen gehabt. So, Magnesium, Magnesium. Ne. Lass nur ein Eisen mitnehmen. Ab zur Basis. Wasserflasche. Hab ich noch Platz gehabt. Egal. Und jetzt endlich, hoffentlich, ist der Traum erfüllbar mit den Algen. Das möchte ich noch sehen und dann würde ich kurz eine Pause machen und dann geht's. Ja, was spielen wir denn jetzt? Gangsters Organized Crime Foundation oder irgendwas anderes? Imagine Earth hätte ich noch im Angebot. Wollte ich auch noch ausprobieren. Hm. Schwierige Entscheidung. Kürbiskerne. Das kommt hier alles rein, ne? Ne. Wo hatten wir die Kiste für Samen? Hier kommt auf jeden Fall schon mal das Schwefel rein. Und das Aluminium und die Superlegierung. Ah, ne. Wir haben hier ein Neubass. Entschuldigung. Nicht denselben Fehler wieder machen. Alles hier lagern. Wir wollten da drüben weitermachen. Okay, Silizium haben wir keins. Titan 1. Kobalt kommen 3 rein. Dann, es fehlt ein Eisen für eine Kiste. Schade. Das bedeutet, ja. Alles hinschmeißen. Ach komm. Was soll's. Das Eisen hätte ich jetzt besser nicht weggeworfen. Das brauche ich gleich um die Kiste zu bauen, wenn ich sonst kein Eisen habe. So. Vielleicht hat unser Erz-Extrakter ja wieder Eisen. Ja, hat er. Okay, so gefällt mir das. So, und direkt die Kiste bauen. Bevor ich wieder zu faul bin, das zu tun. Beziehungsweise den Schrank. Okay, was machen wir denn hier rein? Was haben wir denn hier zuhauf liegen? Schwefel. Schwefel. Ähm, na. Falsch geklickt, ne? Ja. Egal. So, Schwefel, Schwefel, Schwefel. Lithium. Titan. So, und ich hab genug Eisen für noch einen Schrank. Hm, falsch rum. So. Okay. Ähm, Magnesium. Okay. Hobalt. Da müsst ihr jetzt durch. Durch die Sortiererei. Braucht Zeit, aber das spart uns Zeit später. Auf jeden Fall. Ähm, Algen, wie gesagt. Aubergine. Die müsst ihr ja mittlerweile fertig sein. Aubergine, eine Superlegierung. Das hier. Wasserflasche, Magnesium. Magnesium haben wir hier auch. Haben wir aber auch drüben. Holen wir uns für drüben mit. Dort drüben. Titan. Da ist ein Magnesium. So, Wasserflasche. Hab ich noch eine? Ah, da hab ich genug Wasserflaschen. So, eins, zwei, drei, vier. Ja, du hast wieder Hunger, ne? Kommen wir erstmal die Bohnen hier. Eine. Und den Rest verpflanzen wir wieder. Wie weit bist du mittlerweile, Strong? Wingman? So, lass mal sortieren. Magnesium. Ne, hab ich ja schon eins. So, die Aubergine und den Sauer, äh, Bio-Kunststoff-Klump, wie er sich nennt. Der ist aber schon in der, ja, der ist da hinten, ne? Im anderen Gebäude. So, endlich kann ich das alles sammeln. Und das pflanzen wir direkt noch einmal. So, und drüber da. Hoffentlich finde ich jetzt den Klumpen in dem, in diesem Haufen hier. Äh. Da ist er, oder? Ja. Ähm. Moment. Ah. Ne, ich kann den jetzt bauen. So, wo war denn das ganze Wasser? Das war hinten bei... So, wo soll ich das mitnehmen? Ja, ich nehme es mit, komm. Da hinten war, glaube ich, das ganze Wasser schon, ne? Irgendwo hier. Da, dort, drüben. Hm. Komm schon, wo war das? Die schönen Seen, da hinten kommen sie, glaube ich. Da ist doch ein... Boah, hat sich aber schon schön gefüllt. Boah, schaut mal, wie schön. So ist das. Herrlich. Okay, Algen. Das baue ich jetzt einfach hier so. Okay. Sauerstoff zieht Energie, klar. Produziert Biomasse. Wachstum 1%. Okay, das dauert jetzt einiges und dann kann ich Algen sammeln. Cool. Das war etwas weiter weg, aber, ja, ne? Ist ja egal. So, ich könnte noch einige Bohrer bauen. Das hatte ich ja sowieso vor. Stück für Stück wird's. So, aber ich habe gesagt, ich baue das Algen-Teil. Jetzt mache ich eine kurze Pause. Ähm. Ja. Dann bin ich gleich wieder da. Gibt mir was zu trinken. Und dann schauen wir mal, was wir weiterspielen. Ähm. In der Zeit schalte ich euch den Pause-Monitor ein. Da warst du lachen. Ja. Aber wir fliegen zuerst noch hier rüber. Logischerweise. Jetzt so langsam wird's. War eine sehr langwierige Sache, das Ganze sammeln. Aber. Wir haben viel geschafft bekommen. Sehr viel. Aber wir sind ja immerhin schon 4 Stunden 30 am Spielen. Ist schon ein bisschen was. So, Titan habe ich da schon. Ja, ich habe eine Kiste. Schrank. Drei Eisen. Das heißt, wir bauen noch einen Schrank. Also machen wir doch noch etwas. Wo jetzt die Pause anfängt. Hm. Sonst noch Superlegierung hier rumfliegen. Ne, ne. Hier Superlegierung. So, so sieht das doch super aus. Hier ist noch eine. Ne, zwei sogar.